Ich denke mal, wir werden jetzt endgültig zu schwach sein, oder? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, wenn es so sein sollte, kein Problem. Dann machen wir noch ein paar Nebenaufgaben vorher. Hier können wir Sachen sammeln für die Nebenaufgabe. Die Sammelaufgabe von unten wahrscheinlich, ne? Können wir gerne auch mal machen, mal eben auf die Schnelle. War okay, ne? So halbwegs. Wim für ein Pick-Me-Up. Don't let up! My thoughts exactly. Something's off for my etherflue. It'll be fine. We can turn it around. Next one, Rex. That's the spirit. Armour. Hydroblast. Yes. Saber-slack. And just hit it now. You go. Brick. Geos. Don't give them a walk right now. Breaking weight. You're safe. Redemption. Much appreciated. Brex. All our power is yours to command. Yeah. No one can stop us now. Yeah. Out of the way. Saber-slack. Time for a pick-me-up. Overfall. Percival. Here I am. Break. Now I'm fired. Help. We seem to be doing just fine. Feral Blade. Hit it now. Blade Vortex. Just give me the Argargo. Overfall. You chose well. Why not? Breaking weight. Yeah. Yeah. Focus. Yes. Ha. 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 Absorbent. Ha. 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 Feral Blade Breakdown Well done Feral Blade Break Why not I banish you to the void Relax Bridget I'll take it from here You do me great service I'm on healing Redemption Save us Time for a pick me up Go for it Bridget To arms Lady Morag Just give me the orc Everyone's getting psyched You have unravering resolve What? Yes Save us now No Blade Fighting that way is unwise We will not fall here In I go Yes Yes Blaze Hydro Blast You won't Go for it Last pull Armor Veil Why not You chose well Ha Hey Save us Time for a pick me up Armor Veil Blaze Why not In I go Yes It won't be that easy Save us Now I can do some healing Hydro Blast Blaze Why not Indeed Redemption Just give me Armor Veil Will of the wind Ha Yes Much obliged Save us This is where we prove ourselves Just let me know if you need assistance Go for it Blaze Multiple hearts Ha Well done Personal Great Feral Blade Breakdown Give me the order Go for it Unleash your power I'll broil you alive Das war's schon glaube ich Oder An 2000 erfahrungspunkte Nicht ein bisschen übertrieben By the way Okay Mal ganz kurz Interesse halber Haben wir Hier Haben wir Really Gar nicht Okay So Dann haben wir Das schon ein bisschen Hoch gepusht Ähm Wie sieht es hier aus So können wir auch hier Was verbessern Und wir können wirklich Na gut Dann eben nicht Erstmal Da ist Elysium schon Wir sind direkt daneben Come out Come out Maybe agriculture is Poppy's specialist feel No We lost the upper hand No We lost the upper hand Ja ich weiß gerade nicht mehr wo wir lang gehen sollen Ich bin bereit für nichts Hier Hier Geheimpunkt entdeckt Okay Uns fehlen zweimal Windelement Windelement mal zwei Die war doch so ultra ne Oh Come winds Lend me your transient fleeting aid If they seek a fight They shall get one My thoughts exactly Focusing on target As you wish Just give me You chose well Nice Nice To get that The spirit My thoughts exactly Over my dead body Much appreciated Saber slack Now I can do some strength You have unwavering Redemption You won't be dancing Armor fails Yes Yeah What Here I am Feral blade Breakdown Go for it Magnificent Don't get them You chose well We're not a risk I like you 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 Break them Break them Burn up break And to my dead body You have my sights Focus Why not It won't be that easy Armor fails Feral blade Yes Breakdown My dead body Yeah Let's give them the full treat Hit it Dark serpent Magnificent Why not What Just send me the order Gotcha I am pumped Ha Whirling Dragon Separate walks of life united on the sea front Come out Come out In my experience Brave is the brave back in the house Ja ja Und haben wir die Gespräch Say Morag Have you known Zeke for a long time? Indeed We'd never spoken directly But I knew of him The prince paid a visit to Moro Dain Did he not? It must have been Not long after his departure From Tantau Yes Now that you mention it How was he? Well let's see As I recall The guards reported Capturing a suspicious man Dressed all in black And with a funny accent That's right They'd stopped him at the palace gates And were about to throw him in jail He was already a shady customer back then Huh? It's a good thing the prince was feeling generous Otherwise it could have been a major diplomatic incident Most certainly Thanks be to his forbearance That's just like Zeke though I can almost picture it now He 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 That isn't even the worst of my prince's heroic tales There are worse ones yet? Oh yeah Loads He's pretty much misfortune on legs Like when we visited Uriah They mistook him for a rookie guard And made us drill for 72 hours straight My prince was happy as a clam Said it was a rare chance To see other countries training regimens If you ask me though It was beyond awful The grub was worse than Armut Kibble And they didn't even have baths Calamity indeed Yet despite that treatment He let it pass without creating an uproar Quite the gracious personage our Zeke Gracious? I think he was just doing whatever he felt like Der gute Sieg Manches ändert sich nie Jaja Wahrscheinlich wahr Komm out, komm out In my experience Okay Komm out, komm out Ich weiß nicht genau wo es hier hinführt Ich hab keine Ahnung Ich konnte da nicht hochklettern Ich konnte da nicht hochklettern, Alter Was war das denn? Was zum Teufel war das denn jetzt? Next time? Was für eine next time, Mann Come, Wins Lend me your transient fleeting aid Poppy boosters engaged No We lost the upper hand Okay Bring it on Break Ha! 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 In I go! Yes! Nice one next! Armour failed! Ha! Armour failed! Why not? My dead body My dead body You have my thanks Saber slapped Time to pick me For sure Don't let her Adonis I see you in need of my Just my dead body I am come Full in I am sorry Support My thoughts exactly Percival What? Breakdown We should step back We should step back We will beat them, with the power of friendship! We will not fall here! Now! He-Hey! Hit it! No! My dead body! Much appreciated! Why not? There is a reason why I am Special Inquisitor! Amir! First, we gave you back a new legend! Morak! You're better than this! You're doing me great, Cypher! The time to defend is sound! Everyone's getting psyched! Don't get them a moment's rest! I am Hydroblast! And now! Yes! Redemption! Nice, right? Ha! Go for it! Last, hold! Man! I'm innocent! I'm innocent! I'm innocent! I'm innocent! Siberslach! I've got time for a pick! Forgive me! Step off! I'm evaded! Morak! You're better than this! You do need great, Cypher Slacks! Time to defend! The enemy's element is now! Gotcha! In I go! Ha! Saberslach! Time for the pick me up! Why not? Now! Draw the enemy's attention! Armor fails! Redemption! This is the only thing I need to do! I need to move! I need to move! And have my thanks! Gotcha! Hit it! I'll make it quick! Everyone's getting psyched! Move to my heart! We seem to be doing just fine! Why not? Ha! Ha! Warum können so Gegner, warum können die Verbündeten überhaupt runterfallen? Das ist so dämlich. So dämlich. No Pondoublo, ne? Ach, hör aber auf. Nein, wir haben die Außenhande verloren. Von hier komme ich, oder? Tatsächlich. Oh, okay, sorry, aber drei sind mir jetzt echt zu viele gewesen da oben. Wobei, es kann sogar gut sein, dass ich da hin muss, oder? Hallo übrigens. Ach Gott, sag nicht, ich musste einen. Dann war es natürlich alles ein bisschen vergiebens, was ich getan habe. Also, wenn sie ein Kampf suchen, werden sie einen bekommen haben. Das war's für heute. Du leta! I like your attitude! Yes! Armour failed! Now I can do some healing! We seem to be doing just fine! Yeah! Hit it! No! My dead body! Why not? The enemy's element is now on fire! Draw the enemy's attention this way! Save us! Now I can do some healing! I've... You chose well! Yeah! Hydroblast! No effect? Yes! Heuton! Ha! Overfall! Redemption! You won't pass! Thanks for that! Bridges! Two arms, Lady Morag! Save us! Time for the blast! Why not? Indeed! It won't be that easy! I will the way! Much appreciated! I am ready for anything! Huzzah! Step off! Everyone's getting sighted! We seem to go! Just give me the... Why not? Squirling Dragon! Nicely done! Break! Armour failed! Yes! Mach keinen Sinn, weil da gerade noch der große Flieger mit dem Kampf eingestiegen ist! Ei, ei, ei! Okay! Soweit ich das gesehen habe, müssen wir wirklich da oben hoch, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich muss gleich mal in die Karte gucken, wenn der Kampf vorbei ist. Dankeschön! Das sieht auf der Karte so einfach aus, der Weg, aber so einfach ist er halt nicht. Aber das ist ja ein geheimer Ort. Das kann eigentlich nicht der Lösungsweg sein. Eigentlich kann das nicht der Lösungsweg sein. Hm. Hm, 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 hm. Na, ich hasse. Och. Ich glaube, wir müssen da echt hoch. Ich glaube, wir müssen da wirklich hoch. Wir machen es nochmal kurz. Nach Nia. Nach Pyra, Nia. Sieg. Tatsächlich sogar. Die haben schon... echt sympathische Charaktere kennengelernt. Das ist echt der Wahnsinn. Genau, Renzi and Tranzi and whatever, she said. Werden beim Klettern sämtliche Kämpfe deaktiviert? Weiter. Wenn sie eine kämpfe suchen, werden sie einen bekommen haben. Tatsache. Na gut. Ist das alles? Poppy Boosters engagiert. Er hat Element... Er hat Element mal drei. Hatten wir ja schon mal, ne? Eins. Drei. It sounds fun. Geil. Das müsste eigentlich funktionieren, oder? Und das ist jetzt der richtige Weg hier, ja? Oh Gott. Ähm. Wir switchen mal ganz schnell wieder unsere Klingenpartner. Zumindest auf Nia um. Die ist so geil. Alles klar, das scheint tatsächlich der Weg zu sein. Was soll ich sagen? Warum sind da oben Fische? Na gut. Sehr viele Fische scheinbar. Okay. Ja. Malos. 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 Sie ist wahrscheinlich tot jetzt tot. Ich bin tot. Sie ist tot. Ich denke, was du möchtest. Aber ich bin nicht verrückt. Alles, was ich mache, ist zu retten, was von mir wurde. Du wirst sie nie wieder sehen. Ha! Du wirst mich lachen. Du wißt du das? Schau dich. Das Salvager-Brat, ich habe in Argentum genommen. Sie stehen hier mit dem Gallen, um mich zu retten? Sie haben mich? Jemand hat sie. Wir werden nicht zu retten, wie du. Du hast gut gemacht, um es zu weit zu erreichen. Aber du endest hier. Mama! Tora! Masterwad! Was ist das? Was ist das? Watch it, Schallad. Malos' power will destroy anything it touches. It'll take your arm or your head right off. Was? Was are we gonna do? Hehehehehehehehe Poor helpless little maggots! Oh! Nia! You? Nia! Nia! Ich sollte diese Macht früher benutzen. Aber ich bin Angst. Angst, zurück zu den Zeiten. Die Leben wurden verloren, weil ich Angst habe. Nia! Aber jemand hat mir gesagt, dass ich nicht Angst habe. Jetzt verstehe ich es. Meine Leben hat ein Ziel. Deine Macht kann zerstören, Malos. Aber meine Macht erneut. Als ich meine Freunde haben die Wille zu leben, ist das alles. Keine Wunschung du kannst, die ich nicht sanieren kann. Bläde Weapons, auch. Sie wurden von uns aus und können sich saniert. Rex! Jeder! Es ist Zeit zu Ende. Ja! Dann hätte ich gerne mehr Begleiter. Okay. Time to take this! Is the real of me! Stay true! Get out of this! Good! That's my dead body! My thoughts exactly! Stryker it! Why not? Indeed. Just skip now! And now! Wir machen das irgendwie. My dead body! Stryker it! Stryker it! Stryker it! Stryker it! It won't be that easy. Redemption! You have my thanks. Blaze! Armored Veil! Saber Slay! Stryker it! Stryker it! Stryker it! Stryker it! Why not? Stryker it! Stryker it! Why not? Oh my god! I can't get it. It will be fun! H-hah! It will be fun! Mace! Hydroblast! Stryker it! Ha! Yaaah! Go on your mind! I'll save it! You should step back on this. I like your attitude. Just give me the order! Ha! Gotcha! Streicher No way, wir dürfen nicht reinfallen. Eieiei. Aber Hauptsache alle gegen uns, ne? Da liegen da unten drei Gegner und alle greifen uns an, das ist ja auch, äh... Wir dürfen nicht da reinfallen. Der Mann braucht etwas Polisieren. Das ist ja... Bis zum nächsten Mal. Ja, ich glaube, wir müssen vorher noch ein bisschen was machen. Mal ganz kurz. Haben wir hier einen Schnellreisepunkt? Ja, okay. Dann reisen wir mal ganz schnell zur Anlegestelle zurück. Ihr müsst jetzt mal ein paar Nebenaufgaben schnell machen. Ah, geil. Dass sie auch was ist für sie? Wahrscheinlich, oder? Wäre natürlich fabelhaft. Hier, Fischi, Fischi. Ei, 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 ei. Really? Fünf verdammte Punkte? Come on. Ach man. Na gut, aber ich finde, so schwer ist der Kampf gegen Malos jetzt tatsächlich nicht, muss ich sagen. Dass wir uns jetzt auch gar nicht mehr speziell vorbereitet haben, sondern alles jetzt auf dem Stehgreif gemacht haben, war es überraschend gut. Ich meine, wir haben jetzt nicht nur mal aufgeskillt, wir haben unsere Stufenaufstiege nicht wirklich mitgenommen. Alter, das Ding wirkt zum Beispiel bedrohlicher als Malos tatsächlich irgendwie. was es? Berede mich! Ja! Ich bin B ford geiler! Du hast meine Sorgen. Du? Du bist doch nicht! Ich liebe deine. Nein, nicht dieID wahr. Nein, nicht die carbohydrate. Du musst du da! Du musst nicht viel! Hydroblast! Du kannst du und Rekt. Warnst! Aber du kannst! Es wird nicht so schwer! Ich empfie! Brick! Beword's pass. You have my tank. Redemption! It won't be that easy. Saber slash. You have my tank. Now I can do some healing. Why not? Indeed. Let's get down to business, shall we? Yeah. No one can stop us now. Hit it. No. I'll make it quick. What? Magnificent. Druggie, why not? I am sprung. I will tell you. Jetzt bin ich noch ein paar Hände! Ich habe noch ein paar Hände! Ich habe noch ein paar Hände! Hände ich noch ein paar Hände! Hände ich noch! Magnificat! Warum nicht? Ihr seid! Overfall! Was? Redemption! Good hit! Die enemy ist wieder! Eclipse! Bläde! Jetzt! Geh an! Wie? Jetzt! Warum nicht? Break it away! Hydro Blast! War ok oder? Ich habe nie einen Baum gesehen, ich wollte nicht kleines. Waldkunde! Aha! Du bist alle meine! Wie gesagt, wir werden uns beim nächsten Mal ordentlich vorbereiten. Sprich, aufsteigen, nach Möglichkeit die eine oder andere Nebenaufgabe abschließen. Und ich denke mal, dann dürfte der Kampf eigentlich, so wie ich den jetzt eingeschätzt habe oder einschätze vom ersten Moment her, kein Problem sein. War jetzt mein erster Eindruck zumindest. Ein Server auf, da war nix von bei. Ah, schnellreise, aha, aha. Ich muss noch mal ganz schnell hier hingehen. Wir sind gekommen. Wir sind gekommen. Woher gehen wir von hier? Was ist hier? Hey! Hey, schau! So. Da wird dir jetzt sowas bei gewesen sein, oder? Ne, wie gesagt, ich denke mal, grundsätzlich wird der Kampf kein großes Problem, so wie ich den jetzt einschätze, aber... Das sehen wir dann beim nächsten Mal, wenn wir uns dann eben vorbereitet haben. Honig? Okay, die guckt sich den Honig an. Oh, lecker, Tröpfchen, alles super. Dann wird große Belohnung noch größer. Verstanden? Okay, Nunu, Freunde gehören zurück mit vollen Taschen. Glücklichste Lopon der Welt! Okay, das haben wir jetzt geschafft. BDB auf Suche nach Linker, Honig. Können Freunde helfen? Wie viel will die haben? Glück gehabt. Wut über Vorspielung falscher Tatsache verflogen. Reise hier hat sich gelohnt. BDB zufrieden. Danke, Pohn! Freunde haben auch Wunsch von BDB erfüllt. Schwesterbohnen liebt Honig so sehr, hat die ganze Zeit schon breites Strahlgrindel im Gesicht. Süßhunger von BDB fürs erste gestillt. Souvenirs aus Morita, Morifa, Entschuldigung, abgeschlossen. Du hast die Bibis und BDBs Wünsche erfüllt. BDB erscheint, oder scheint sich auf ihre, auf ihr linker Honigbad schon sehr zu freuen. Okay, wir reisen nach Gormoth, nach Toregoth, zum Tor von Toregoth. Entschuldigung. Wir haben auch noch die Aufgabe Kristalljäger offen. Let's press the spell. Let's press on. Just leave. Aim high. Mile. A new trick. I feel. Okay. Wart, schon wieder was Neues. Vor ca. 10 Jahren wurde in einer Stadt, die von einem der sieben Clans regiert wurde, der Lanzherr abgesetzt. Dieser Lanzherr, Entschuldigung, hatte zwei Töchter, aber eine von ihnen war sehr krank. Ihre medizinische Belohnung gab der arme Kerl jede Menge Gold aus, auch das Gold seiner Steuerzahler. Ist ja nicht so, als könnte ich das nicht nachvollziehen. Er wollte seine Tochter um jeden Preis retten, aber als Anführer einer Stadt und eines Clans ist man halt nicht nur für seine Familie, sondern für alle verantwortlich. Nicht, dass Dukol jetzt besser wäre. Naja, wäre schön, wenn wir hier irgendwann mal wieder kompetenten Konsul zusammenbekommen würden. Konsul ist ja hier sozusagen die Regierungsform, die Regentenform, wie auch immer. Neu Dialoge ohne Ende. Motti Was für eine Erleichterung, dass doch kein Krieg ausgebrochen ist. Das wäre wirklich eine Katastrophe gewesen. Dadurch hätte sich auch die Handelsbeziehung verschlechtert und keiner würde mehr meine Holzarbeiten kaufen. Deshalb ist es doch mein Ziel, allen Völkern der Welt unsere Gormotti Holzkunst näher zu bringen. Stellt euch mal vor, dieser Traum wäre bloß wegen eines sinnlosen Krieges geplatzt. Das wäre echt traurig. Das wäre das Schlimme am Krieg gewesen, ganz genau. Meine Güte, ihr habt ja echt eine beeindruckende Sammlung an Klingen. Macht ihr im Kampf auch ordentlich Gebrauch vom Klingenwechsel? Wenn ihr den Klingenwechsel effizient nutzt, steht euch die ganze Welt der elementaren Kombos offen. Die Hälfte eines Kampfes wird im Kopf entschieden. Ja, ja. Ich sag ja, das Wichtigste ist wirklich, dass wir uns gut vorbereiten. Tja. Regel 1 im Ehrenkontext des Meisters sei nett zu allem, nicht nur zu denen, die dir gefallen. Hm. Was los? Oh, hallo. Ich lerne gerade den Ehrenkontext der Meister auswendig. Das ist ein sehr wichtiger Teil meines Trainings. Wirklich. Mein Lehrmeister hat gesagt, dass man zum Resonieren mit einem Kristall ein reines Herz haben muss. Er sagt, je reiner dein Herz, desto höher die Chance, dass du mit einer guten Klinge resonierst. Regel 2. Steck jemand in der Klemme. Hilf sofort. Sei keine Memme. Gute Devise. Hört sich schon ein bisschen besser an, ne? Meine unglaubliche Kraft weiß keine Bälle. Tora fühlt sich stärker. Ich würde den Kampf gerne noch einmal zum Abschluss probieren. Das ist jetzt wirklich nur, damit ich weiß, wie wir beim nächsten Mal durchstarten. Das ist jetzt nur Interesse halber. Ich habe nämlich gerade eine tolle Idee. Hey, Kollege. Wollen wir nicht mal zusammen abhängen? Können wir machen. Wo willst du denn hin? Oh, auf die Windmühle. Du weißt schon, die große, auf den großen Windmühlenplatz. Von da an schauen wir mal. Was? Sieg will mit uns abhängen. Los mit dem. Können wir gerne später mal machen. Alles voll hier, ey. Was ist das denn hier? Ach, da sind diese Klippen. Okay, wir reisen hier nochmal ganz kurz hin. Wie gesagt, ein letzter Versuch, Interesse halber. Ich will mal gerne mit Sieg spielen und mal gucken, wie gut es mit dem funktioniert. Das ist jetzt, wie gesagt, nur Interesse halber. Weil ich ja nicht weiß, ob das wirklich mit Mordak so gut funktioniert. Es kann ja sogar so gut sein, dass Sieg einfach viel mehr Damage macht. Das ist gut. Das ist gut. Das ist natürliche halt wichtig. Das ist gut. Wie gesagt. Das ist gut, wie gesagt. Wie gesagt. 5.004 Ich verstehe einfach nicht so richtig, warum wir hier nicht langsam mehr bekommen BP Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Hab mich dann doch ein bisschen überrascht. Nee, aber dann würde ich tatsächlich die Aufstellung nochmal ändern. Die beiden switchen. Mordak bekommt dann Siegs Ausrüstung. Und dann werden wir... Ja, wir werden dann beim nächsten Mal zusehen, dass wir noch ein paar Nebenaufgaben erfüllen. Wir können hier mal direkt kurz gucken. Wir können hier auf jeden Fall schon mal kurz in die Mission reingucken. Wir haben ja das... Stuhlende Andenken. Der verlorene Schatz. So, und dazu müssen wir ja dann einmal nach Tentel. Aber ja irgendwo hier. Sehnsuchtsblick. Hintertor. Sehnsuchtsblick. Wo war denn das? Am besten vom Hintertor aus gehen wir einfach los. Ja, und wie gesagt, beim nächsten Mal dann einige Nebenaufgaben. Wir gucken, dass wir die Klingen ein bisschen verstärken. Vielleicht ein paar Hilfskerne ausrüsten. Und dann generell ein bisschen vorbereiteter in den Kampf reingehen. Ähm... Empathiestufe 4. Ihr merkt das auch. Nier ist halt noch übelst im Aufbau. Ich bin stärker. Ja, das schaffen wir auch. Allein hier müssen wir auch nochmal genau gucken. Die hat ja noch gar keine Verstärkung. Wie auch immer. Das Einzige, was mich halt extrem wundert, ist, dass wir hier wirklich... Null haben. Also 183. Was ja wirklich nix ist. Ich meine, hier können wir jetzt wieder... Zack. Na, aber ich will Nier hochspielen. Fertig. Dann machen wir jetzt auch. Also beim nächsten Mal Nebenaufgaben und so weiter und so fort. Vielen Dank fürs Zuschauen bei Xenoblack Chronicle 2. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020